online-geister thema der sendung herzlich willkommen zurück liebe radiohörer und herzlich willkommen liebe podcast-hörer die ihr frisch eingeschaltet habt ich darf stefan mal begrüßen frei beruflicher journalist unter anderem für heise zdf beim heute.de aktiv beim ärzteblatt taz golem und so weiter gebürtiger halenser was ich schon mal sehr sympathisch finde und eins seiner bücher darknet waffen drogen whistleblower das soll für uns heute auch so ein bisschen das thema werden hallo stefan erstmal hallo danke für die einladung ich habe ja schon drei wichtige schlagworte die auch untertitel des buchs sind waffen drogen whistleblower da fehlen ja eigentlich nur noch koks nutten und vergleichbares dazu das sind ja so klischees die es einfach über darknet gibt vielleicht auch erstmal für die da draußen die keine ahnung haben vom darknet magst du das so mal grob einsortieren also was so dieses gefährliche halbwissen betrifft und wie es eigentlich wirklich ist was ist das darknet überhaupt naja ist darknet bezeichnet einfach ein digitales netz was vom sonstigen großen internet sich abschirmt und versucht anonymität herzustellen für alle beteiligten und da gibt es theoretisch verschiedene optionen wie so darknet aussehen kann aber es gibt so eine lösung die sich gerade durchgesetzt hat und das ist das darknet auf basis der anonymisierungssoftware tor und da geht es einfach darum dass die ip-adressen verschleiert werden das sind sowas wie digitale postadressen die jeden quasi die jedes datenpaket durch das internet leiten aber die auch dafür sorgen dass kommunikation ganz gut überwacht werden kann und diese ip-adresse die wird verschleiert sowohl bei den einfachen nutzern als auch bei den anbietern der darknet seiten damit stellt ja das darknet auch nach meinem wissen also eine von drei kategorien mit das gibt ja das surface web deep web und darknet so als grobe einteilung stimmt das oder das ist jetzt auch nur gefährliches halbwissen ja also ich meine dass die mit dem deep web ist so ein bisschen unsinn der begriff deep web kommt aus anfang des jahrtausends da hatte so eine us-agentur die sich so mit urheberrechtsverletzungen im internet beschäftigt hat ein paper geschrieben und war der meinung ja es gibt halt dieses world web was wir kennen und was uns die suchmaschinen zeigen und dann gibt es noch dieses deep web das ist 400 bis 500 mal so groß und eventuell war das schon damals unsinn und deep web bedeutet halt sozusagen das wird weit web was uns suchmaschinen nicht zeigen können weil webseiten zum beispiel hinter einer hinter einem passwortschutz sind oder schlecht verlinkt sind oder es irgendwelche datenbanken sind naja und das ist zumindest jetzt totaler unsinn weil dieses diese erkenntnis vom deep web das war vor bevor google angefangen hatten google hat die quasi suchmaschinen logik völlig revolutionierten google findet so gut wie alles und das also es gibt halt sowas wie ein deep web also es gibt halt irgendwie intranetz hinter passwort hinter passwort balken aber das ist im vergleich zum sonstigen internet sehr überschaubar und vpn-netzwerk könnte man das schon als deep web beziehungsweise als darknet zählen also ich würde es nicht so zählen also für mich ist halten darknet einfach sozusagen so ein netz also einfach so ein raum in dem webseiten abgelegt werden können es gibt allerdings so ein bisschen es gibt auch so eine breitere definition vom darknet es gibt leute die sagen darknet ist alles was irgendwie versteckt ist also wenn man jetzt mit einem vpn-dienst also der sozusagen auch die ip-adresse verschleiert wenn man diesen vpn-dienst auf die webseite der mz es hört dann ist man auch dann ist es auch darknet aber das finde ich so ein bisschen nicht so richtig hilfreich diese definition ja das weicht irgendwie an den grenzen auf bei mz ist ja definitiv über google auch zu finden als mitteldeutsche zeitung jetzt das beispiel mal und das ist ja für mich definitiv kein darknet genau also meine definition ist halt tatsächlich so relativ eng das muss ist wirklich so ein bestimmter raum der abgeschlossen ist und wo sich inhalte finden okay und das ist auch schon jetzt ein paar mal gesagt es gibt mehrere darknet wohl war das von einem darknet gesprungen also gibt es überhaupt die das darknet was man in den medien gerne landläufig hört ja das gibt es insofern insofern man auch sagen kann es gibt zwar alle möglichen sozialen netzwerken aber es gibt eigentlich das soziale netzwerk das ist facebook und es gibt also der englischsprachige wgp-artikel der listet elf verschiedene darknet technologien auf und viele von denen sind aber so völliger nerd kram die nicht so richtig funktionieren oder die nur funktionieren wenn man zwei jahre informatik studiert hat es gibt noch so ein paar so zwei die sind so ein bisschen interessanter i2p und freenet aber eigentlich ist es so es gibt halt dieses tor netzwerk dieses tor darknet was im grunde genommen alles dominiert und wo sich auch die spannendsten sachen abfinden wo sich die meisten dass das meiste entwickler und entwicklerinnen know how reingeht und die die meiste aufmerksamkeit kurze anmerkung i2p also buchstabe i ziffer 2 p und freenet das ist nicht zu verwechseln mit dem internet anbieter den es in deutschland gibt das ist etwas ganz anderes in dem fall die haben nichts miteinander zu tun du hast jetzt ab das tor netzwerk schon mit angesprochen ist denke ich mal diejenigen die in dem bereich unterwegs sind am ehesten vertraut sind durch den tor browser und was ist das jetzt überhaupt wie ist das entstanden und kannst du denn wirklich da drohen krux nutten kaufen oder ist das alles nur fieses klischee naja erstmal so zur grundlage also tor ist einfach eine technologie mit denen diese ip adressen verschleiert wird und damit das geht gibt es gibt es gibt so ein netzwerk von ungefähr so 7000 tor knoten das sind einfach so kleine server rechenplätze die die leute ehrenamtlich bereitstellen und anmieten und wenn ich jetzt auf eine webseite zugreife über tor dann geht geht mein datenverkehr nicht sofort dorthin also nicht zuerst nicht sofort zur mz sondern zuerst über einen knoten in frankreich vielleicht einer ukraine einen usa und dann zur mz da kann ich auch in deutschland auf jeden fall empfehlen die wow holland stiftung pflegt einige dieser tor datenknoten also wer diese technologie selbst nutzen die unterstützen möchte gleich mal hinweis aber holland war ja auch eine der gründe vom chaos computer club mit gewesen stimmt das soweit oder habe ich das schlecht recherchiert also ist die patra ich weiß jetzt wusste jetzt nicht genau dass die auch knoten betreiben aber das machen sie ich glaube ein bei berlin war das gewesen ansonsten die taz betreibt zwei knoten report ohne grenzen betreiben zwei sehr große knoten also nicht nur so irgendwie irgendwelche hacker gruppen oder sowas nee genau und dann halt viele so aktivistinnen aktivisten die in deutschland chaos computer club organisiert sind auch viele uni initiativen betreiben solche knoten und in allen möglichen ländern genau und das ist halt das prinzip von tor ist einfach datenverkehr umzuleiten und es gibt zwei anwendungen von tor das eine ist ein tor browser das ist ein ganz normaler browser den kann ich mir runterladen unter torprojekt.org und damit kann ich anonym ins normale internet das heißt ich suche rufe jetzt die seite der mz auf und es geht über drei knoten und dann bedeutet das mein internet entbieter weiß nicht dass ich zur mz gehe sondern die sieht nur irgendwie ein knoten vielleicht ein knoten der ukraine und die mz sieht nicht meine ip-adresse sondern die sieht nur den dritten knoten der vielleicht in usa steht und das ist sozusagen die erste anwendung die zweite anwendung ist das darknet auf basis von tor und beim beim browser sind die einfach nutzer anonym und im darknet sind auch die webseiten betreiber anonym das heißt man sieht auch die ip-adressen der darknet seiten nicht ok also bringt es mir jetzt nichts wenn ich einfach nur auf gut glück und sei es jetzt wenn ich den tor browser verwende einfach nur www.darknet.de eingeben oder sowas da werde ich also diese adressen nicht finden die werden wahrscheinlich auch nirgendwo so richtig verzeichnet sein oder wie läuft das überhaupt ja also ich meine das darknet ist es gibt im grunde um sowas wie eine darknet internet endung die die heißt .onion also darknet seiten enden nicht auf die .de oder .org sondern auf .onion und die darknet seiten sehen auch so ein bisschen komisch aus das ist immer so 16 oder 56 zusammengewürfelte zeichen also die sehen so ein bisschen unheimlich kryptisch aus und aber im gründung sind das ganz normale webseiten die man aufrufen kann und da kann man navigieren und die große herausforderung ist welche website also welche darknet seiten ich aufrufe es gibt suchmaschinen die sind aber nicht so richtig erfolgsversprechen die spucken nicht so viel aus sondern es geht vor allem über lange listen mit links wobei auf diesen listen ganz viele komische sachen stehen und ich da auch nicht empfehlen würde da rumzuklicken naja auf diesen es gibt so genannte hidden wikis und da sind irgendwie echte oder angebliche dutzende dutzende seiten mit waffen und drogen shops und kreditkartendaten shops und angebliche shops auf den auftragsmode vermittelt werden und zumindest bei den auftragsmorden das ist fake also das ist alle experten mit denen unterhalten hatte waren waren sich da sicher naja und die das internet das darknet ist so ein bisschen wie das internet der 90er da stand die große herausforderung drin was man dort macht es gab suchmaschinen die waren aber nicht so richtig erquicklich und es gab lange listen mit links und viele links waren veraltet oder waren defekt und ganz viele komische sachen waren da drin und so ein bisschen ist das darknet auch gerade also wenn das darknet so scheiße in der benutzung ist warum benutzen das leute überhaupt du hast ja zwei sachen schon mal erwähnt einmal anonymisierung meiner ip-adresse und über ip-adressen kann man ja einiges rausfinden zum beispiel wie name pc den man benutzt also das betriebssystem den browser mit version fenstergröße etc pp auch eine grobe geografische lokalisierung also damals natürlich sinn für anonymisierung wahrscheinlich aber wozu sollte ich das denn überhaupt machen und beim zweiten punkt hat es dann auch angemerkt dass ja die dass ich als nutzer und die website anonymisieren also wozu das ganze überhaupt ist nur für gutes gefühl von privatsphäre oder wo liegt der mehrwert bei dem gesamten sogenannten darknet dann naja also erstmal zum kern von tor also es geht darum die ip-adressen zu verschleiern und aus der ip-adresse kann man zum einen grob die region ablesen wo jemand herkommt und man kann sie unter umständen in leute in nutzer übersetzen also wenn ich mich jetzt in meinen in meinen wlan zuhause einlogge bekomme ich von meinen interneteinbieter eine ganz bestimmte ip-adresse angezeigt und die mir oder komme ich zugewiesen ich habe eine temporäre ip-adresse und man kann jetzt eine ip-adresse nicht so eins zu eins in klarnamen übersetzen aber behörden können das können das ganz gut also es geht darum sozusagen überwachung zu erschweren genau was war die zweite frage also erstmal für den ersten teil quasi der tor browser als sperrspitze des datenschutzes so ein bisschen könnte man das so auslegen könnte man so ein bisschen sagen also ich meine beim tor browser wird die ip-adresse wird verschleiert und dann ist ja auch noch ansonsten so ein bisschen drauf getrimmt überwachungsmöglichkeiten zu minimieren zum beispiel ist es so also wenn ich eine webseite mit normalen browser aufrufe legt legen webseiten auf sogenannte cookies bei mir ab das sind kleine text dateien die irgendwelche informationen über meine letzte nutzungssitzung enthalten zum beispiel dass ich eine bestimmte spracheinstellung habe oder mich für bestimmte produkte interessiert habe und dann komme ich irgendwann später wieder und dann wie magisch erkennt mich die webseite wieder und beim tor browser ist so die cookies werden zwar abgelegt aber sobald ich den tor browser zu und wieder aufmache sind die cookies weg also der tor browser hat ansonsten auch noch so ein paar interessante datenschutzfunktionen eingebaut ich habe gehofft dass du das jetzt mit erwähnt hast ich habe bislang nämlich noch bewusst nichts gesagt ich bin auch als datenschutzbeauftragter aktiv also insofern ist das für mich auch ein sehr sehr wichtiger punkt und ich kann sagen also der tor browser selbst rein von technik ist das ja der firefox browser als grundlage also wer firefox benutzt ist dahingehend schon mal besser als manche der konkurrenten und ich sage dann mal gerne in meinen seminaren dass der tor browser quasi firefox browser of steroiden ist was jetzt so die einfach mal das hochgeboxte angeht weil man ja auch alle möglichen zusatz software mit no script plugins etc installiert hat würde jetzt zu weit führen an der stelle aber einfach eine technik ist es eigentlich etwas was recht verbreitet ist und eigentlich gar nicht mal so kompliziert maximal was die infrastruktur mit diesen ganzen server knoten angeht aber da noch mal wozu das ganze also bei mir als menschen wenn ich anonymisiert bin okay kann man verstehen datenschutz privatsphäre ich denke das wird jeder nachvollziehen können aber warum sollte ich webseiten anonymisieren wollen also warum so lange kryptische zahlenkombinationen punkt onion sich merken müssen anstatt einfach eine ganz gute wie was ich es online gaster punkt kommt beispielsweise ja gute frage das können wir ja gleich als einleitung zur frage nehmen was im darknet passiert und warum da sachen passieren also ich meine das darknet ist relativ klein es gibt maximal also das die höchste die höchste zahl der darknet adressen lag so bei 110.000 weltweit das ist sehr wenig allein unter der deutschen endung die e gibt es mehr als 16 millionen adressen und ich hatte mir auch mal angeguckt was man da so findet und also tatsächlich sind relativ viel sachen viele sachen die illegal sind wobei das da so ganz unterschiedliche hintergründe dafür gibt also das was relativ prominent ist es gibt da große marktplätze auf denen alle arten illegaler güter in anführungsstrichen angeboten werden drogen verschreibungspflichtige medikamente gefälschte pässe gefälschte ausweise gehackte kreditkartendaten und vor allem werden dort aber die üblich verdächtigen rauschmittel gehandelt also cannabis kokain ecstasy du wolltest was kubibärchen und sowas okay aber sprichst du damit nicht jetzt eigentlich allen leuten recht zu dir immer gesagt haben darknet ist auch eigentlich nur so ein sündenfuhr menschen die dort nur illegales machen also naja das war ja erst die erste kategorie ich unterteile also drei drei kategorien also darknet als einkaufsmeile für drogen dann gibt es auch so wirklich so richtig üble sachen also vor allem vor allem kinder vor allem kinder also foren wo kinderpornografie getauscht wird also bilder des missbrauchs von kindern und kleinkindern das ist sehr übel und dann gibt es auch sowas wie ein politisches darknet also es gibt zum einen ist es so dass verschiedene medien postfächer für whistleblower im darknet haben das macht beispielsweise die taz die new york times die süddeutsche der guardian und das macht sehr viel sinn also die haben so postfächer und rufen leute sagen wir mal die sich jetzt so wie edward snowden berufen fühlen irgendwelche internen skandale in der firma oder in dem ministerium in dem sie arbeiten öffentlich zu machen und die rufen die dazu auf sozusagen denen diese dokumente zugänglich zu machen damit sie die skandale aufdecken können und das ist das ist relativ gefährlich also wenn whistleblower keine ahnung von digitaler sicherheit haben kann es sein dass sie sehr schnell ihre identität preisgeben und dann kann es sein dass sie im gefängnis landen oder ihren job verlieren weil sozusagen das was edward snowden gemacht hat gilt zwar für viele als was sehr als was ganz tolles aber tendenziell ist es illegal was man da macht und diese postfächer im darknet die sorgen einfach dafür dass die whistleblower den tor browser verwenden müssen weil das darknet kann man nur mit dem tor browser betreten und wenn sie den tor browser verwenden heißt das dass sie ein sehr hohes level an anonymität haben also ihre ip adresse verschleiert und wird verschleiert und dann sind noch so andere sicherheitsmechanismen eingebaut und das ist eine möglichkeit also für die medien quasi so die verantwortung für die whistleblower zu übernehmen und das finde ich eine sehr spannende nutzung des darknet die auch sehr sinnvoll ist okay also es bewegt sich eigentlich alles was wir gerade besprochen haben irgendwo an den grenzen der illegalität aber an vielen stellen auch je nach sichtweise ich meine paar aspekte sei es jetzt drogenkauf oder kinderpornografie ich glaube da wird sich jeder darauf einigen das ist nicht nur rechtlich sondern auch moralisch verwerflich ist an vielen stellen aber gerade wenn es jetzt zum beispiel investigativen journalismus um sowas geht also wo er ein whistleblower an vielen stellen einfach notwendig ist sei es jetzt edward snowden mit dem guardian oder wenn ich an es war glaube ich der bnd skandal gewesen wo das ein netzwerk aus süddeutsche wdr und ndr glaube ich gewesen war die haben ja auch entsprechende whistleblower gehabt also das dann so ein punkt wo ich sagen wo ich jetzt auch sagen würde wo ich denke dass vielleicht auch andere liebe online-gasse da draußen wenn ihr anderer meinung seid schickt uns gerne feedback ich leite es auch dann sehr gerne weiter aber ich denke da kommen uns darauf einigen das ist auf jeden fall erstmal eine hehre angelegenheit ein hehres ziel was man da verfolgt und vielleicht auch gleich mal in die benutzung reingehend sag mal ich habe jetzt irgendwas aufgedeckt also ich würde gerne noch was ergänzen also ich meine tatsächlich ist so also viele sachen die im darknet passieren sind illegal aber das wissen weiß ja sicher die die radio korax hörerinnen schafft die tendenziell quasi wahrscheinlich eher so links alternativ ist sagen wir legalitäten illegalität und sagen wir mal legitimität und illegitimität das ist nicht immer deckungsgleich ne also ich meine diese whistleblower postfächer edward snowden ist irgendwann von usa nach von hawaii nach russland gezogen nicht weil das wetter dort besser wäre sondern weil er befürchten musste dass er ins gefängnis landet also sozusagen das kann auch von einer abweichen also legal illegal und legitim und illegitim und naja und ich meine diese diese postfächer sind eine sehr spannende politische nutzung dann haben verschiedene it kollektive linke it kollektive haben auch solche darknet seiten beispielsweise rise up und systemly die bieten so kommunikations werkzeuge für linke aktivisten an und in die media dieses globale netzwerk von von diese medien plattformen die von allen möglichen linken gruppen genutzt wird da haben einige regional gruppen zum beispiel die deutsche auch eine darknet seite und die sagen halt naja wir predigen unseren nutzern schon seit jahren leute verwendet doch den tor browser damit ihr nicht überwacht werden könnt und da haben die sich gesagt naja dann ist eigentlich so eine darknet seite eigentlich ein logischer schritt weil dann können wir den leuten zeigen guck mal das darknet kennst du doch irgendwie aus medien kennst du vielleicht von netflix und jetzt sind wir auch auf im darknet und diese seite kannst du nur mit dem tor browser verwenden das ist doch eine tolle sache und dann zu der anderen seite also ich meine du hast jetzt gesagt ja irgendwie drogen und 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 kinder pornografie sozusagen das ist ja so ein bisschen so eine kategorie das sehe ich so ein bisschen anders ich unterscheide im buch auch zwischen dem darknet als einkaufsmile für drogen und zwischen den abgründen und also ich meine also bei 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 kinder pornografie und waffen würde ich auch zu den abgründen zählen da das ist halt illegal und da gibt es auch einen ganz klaren gesellschaftlichen konsens dass es verbrecherisch ist und vielleicht sogar noch stärker bestraft werden sollte bei diesen drogenmarktplätzen gibt es schon eine diskussion also ich meine was da passiert ist illegal größtenteils und ich habe aber ich habe mich auch mit so drogenforschern unterhalten suchtforschern und die haben einen erstaunlich differenzierten blick darauf die sehen nämlich so die sehen chancen die sehen risiken beim darknet drogenhandel und zwar verschwinden einfach alle schranken beim zugang zu drogen die sehen aber auch sowas wie gesellschaftliche chancen denn beim durch durch das darknet wird der drogenkonsum in gewisser weise in gewisser weise sicherer naja es ist halt so also im darknet diese diese marktplätze die funktionieren so ein bisschen wie ebay oder oder amazon oder otto.de vor allem gibt es nutzerbewertung also wenn jetzt sagen wir mal ein studierender aus halle oder in investmentbank aus frankfurt sich irgendwie im darknet 5 gramm cannabis oder 5 gramm koks bestellt dann wird er von dem marktplatz aufgeforderten nutzerbewertung zu schreiben und über dieses nutzerbewertungssystem kann können käufer oder käuferin quasi beurteilen wie seriös in anführungsstrichen das angebot jetzt ist und ähm es ist halt so im sozusagen in der offline welt wenn leute nach dem konsum von so einfachen drogen wie cannabis akute gesundheitliche probleme bekommen liegt es oft nicht an den substanzen an sich sondern an den verunreinigungen und man hat in der offline welt immer mal wieder versucht so 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 quasi so qualität sagen wir mal so qualitätskontrollmechanismen einzuführen äh dass beispielsweise drogenkonsumenten zur uniklinik ihre drogen bringen konnten die wurden dann gecheckt und das hat nie funktioniert hat sich nicht durchgesetzt und im darknet gibt es aber so eine so eine qualitätskontrolle über dieses über diese nutzerbewertung naja genau und sozusagen in über diese nutzerbewertung lässt sich im grunde um sozusagen dass das gesundheitliche risiko beim 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 konsum von drogen so ein bisschen minimieren nämlich die die gefahr von 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 verunreinigungen und von gefährlichen verunreinigungen und dann wird der drogenkonsum durchsagen in gewisser weise auch ähm also sozusagen nicht nur das erste war sauberer das zweite ist sicherer denn ähm wenn leute drogen im darknet kaufen haben sie einfach keinerlei kontakte mit kriminellen milieus normalerweise gehen leute in die wohnung eines dealers oder eine dealerin oder in den park oder eine dunkle ecke und da besteht immer die gefahr dass sie eine übergezogen bekommen oder so reingesogen werden ins kriminelle milieu und im darknet kaufen leute mit wenigen klicks und die einzige person mit der sie kontakt haben ist also nicht mehr der dealer sondern der postbote und von dem werden sie vermutlich keine übergezogen bekommen ach so das wird dann ganz normal per post geschickt wie bei jedem online shop genau das wird per post geschickt in der regel und man wird gefragt wie bezahle ich dann sowas einfach banküberweisung geht ja wahrscheinlich nicht es wird mit kryptowährungen bezahlt also bitcoin war so lange die leitwährung auf den darknet märkten das bitcoin kennen wahrscheinlich viele aus den medien mittlerweile gibt es noch andere währungen weil man gemerkt hat dass bitcoin doch nicht so anonym ist und behörden das ganz gut ganz gut knacken können also es ist ja auch sehr eine sehr volatile währung das kommt ja auch noch dazu der wert schwankt ja auch ziemlich stark bei bitcoin genau der wahl der wert schwankt ziemlich viel okay aber fun fact also ich meine in der regel wird wird verschickt also verschickt es gibt ja gerade netflix serie darüber die so how to sell drugs online die so ein bisschen sich an einen tatsächlichen fall anlehnt an den drogendealer in leipzig und der also die sachen werden per post verschickt und fun fact ist normalerweise war der staat beim drogenhandel so ziemlich draußen sozusagen was so die einnahmenseite anging und durch den darknet drogenhandel ist er wieder so ein klein bisschen drin denn der staat ist der größte anteilseigner der deutschen post insofern landet quasi mit jedem drogenpaket was über starken bestellten verschickt wird landet dann zumindest ein kleiner teil wieder bei einem staatsunternehmen okay ich denke mal die anleitung stellen wir da einfach als show notes online wie das dann geht aber ich schaue es beiseite mich würde jetzt da interessieren mal für so ein heeresziel wie investigativen journalist muss ich meinen drogenkauf ist das eine da kann man sich auch sehr stark drunter unterhalten was jetzt okay ist oder nicht ich bin zum beispiel selbst ein kompletter gegner von sowas wie kokain weil ich das einfach nur als gefährliche droge empfinde aber das muss jeder für sich selbst entscheiden da würde ich mich auch neutral positionieren ist jeder mensch ist frei an der stelle gerade wohl auch im darknet was das angeht wenn ich halt die technische kompetenz mitbringe mir kryptowährungen ranzuschaffen um das bezahlen zu können etc aber wenn ich jetzt mal in der situation bin und ich habe zum beispiel ich arbeite unter einem unternehmen stelle dort etwas schlechtes fest möchte das halt irgendwie melden habe aber keine möglichkeiten das über behörden zu machen oder über den üblichen beamtenweg beispielsweise weil mit das hat aus irgendwelchen gründen versperrt wird was weiß ich sowas ganz aus dem himmel gerissen ist wie abgaswerte bei fahrzeugen beispielsweise dann könnte ich ja also eine von diesen plattformen sei es von taz oder sonstigen magazinen mit nutzen und wie müsste ich das denn eigentlich anstellen wenn ich jetzt einfach so eine whistleblower meldung machen möchte um bestfall die welt ein bisschen besser zu machen ja also was was ich sehr empfehlen würde ist dass man wenn man auf die recherche geht nach diesen postfächern von anfang an den tor browser verwendet so dass man sozusagen auch bei der suche nach den postfächern keine spuren verwendet also ich würde den tor browser verwenden wenn ich jetzt die adresse nicht kenne dann würde ich eine suchmaschine nutzen google läuft den tor browser nicht so richtig gut die blockieren das meistens gibt aber sogenannte meta suchmaschinen wie auch radikorax verwendet sich gerade hier im anderen studio startpage.com da 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 das sind quasi google ergebnisse aber von einer anderen suchmaschine es gibt die kurs ja also das sind beide es gibt funktionierende suchmaschinen für den tor browser da kann man dann irgendwie eingehen irgendwie darknet postfach süddeutsche oder darknet postfach taz und dann habe ich halt den link und das ist dann so ein so genannt also steht immer punkt online am ende also das ist immer der marker ich musste ich muss immer auf dieses stadt.com oder sowas immer auf dieses punkt online gucken dann kann ich zumindest sicher sein dass es so eine darknet adresse genau beziehungsweise in diesen suchmaschinen werde ich keine online adressen finden sondern ich werde einfach die landing pages also der der seiten finden also die sozusagen diese diese seiten die die medien eingerichtet haben um die postfächer zu erklären also und dann gehe ich beispielsweise auf diese landing page der süddeutschen und da wird mir so alles erklärt und dann sehe ich unten dann scroll ich da runter und dann sehe ich einen link mit einer online adresse und dann nehme ich halt diese online adresse und am besten mache ich den tor browser mal ich schreibe die mir am besten schreibe ich mir die online adresse auf ein blatt papier macht den tor browser zu und wie zu und warte einen tag und gehe dann in gehe dann sozusagen einen tag später gehe ich auf dieses postfach um sozusagen auch so einen zeitlichen zusammenhang zu bisschen zu verwischen und dann gehe ich auf das postfach und dieses postfach ist halt super super und super selbst erklären da gibt es so zwei funktionen zum einen klicke ich auf dokument versenden dann kann ich so einen kleinen text schreiben ja warum interessiert mich das warum finde ich das für relevant und so weiter dann hänge ich dieses dieses dokument dran und dann schicke ich das ab und dann sehe ich gleichzeitig so ein geheimcode die süddeutschen nennen das decknamen das sind so mehrere zusammengewürfelte wörter diesen geheimcode schreibe ich mir auch auf den zettel und das spannende an diesem geheimcode ist ich kann dann wenige tage später eine woche später kann ich zurückkommen und kann mich quasi mit diesem geheimcode ausweisen dass ich der whistleblower xy war und kann sehen ob mir die reaktion geantwortet hat so funktionieren diese postfächer meistens das postfach von der taz ist ein bisschen schlichter das hat keinen rückkanal gut aber ich sage mal hauptsache es funktioniert erstmal das ist ja das wichtige und da werden wir eigentlich schon thematisch am ende ich möchte zu auch kurz knapp halten stevan vielen vielen dank und du hast ja auch ein buch geschrieben wo man wesentlich mehr noch drüber erfahren kann genau ich habe ein buch darüber geschrieben und ich bin übrigens gerade in halle also zum einen bin ich halt hier geboren und bin hier ab und zu und zum anderen bin ich morgen in merseburg und da ist eine veranstaltung von der von der evangelischen akademie sachsen anhalt in zusammenarbeit mit dem offenen kanal merseburg und da wird über das darknet diskutiert ich fürchte allerdings fast dass wenn die sendung läuft es schon vorbei ist ich wollte es nur mal sagen ja also ich versuche mein bestes dass wir das interview jetzt erstmal im rohformat einfach so mit online stellen können und dann halt einfach mal weiter geschaut aber erzählen wir es auf jeden fall vielen vielen dank und dir auch vielen vielen dank für die zeit und es war bei uns jetzt sehr sehr kurzfristig anberaumt also insofern alles ungeskriptet live aufgenommen deswegen auch nochmal vielen vielen dank stefan das sowieso und magst du noch irgendwelche letzten worte auch jetzt an unsere hörer richten ja also ich meine ich empfehle es generell sich einfach mal mit so sogenannten werkzeugen digitaler selbstverteidigung zu beschäftigen tor ist so ein werkzeug e mail verschlüsselung ist so ein werkzeug und ich meine sagen wir mal diese diese massen die überwachung die es die es gibt wie wir seit snowden wissen das ist halt sozusagen eher so ein abstraktes phänomen es gibt vermutlich niemanden es gibt jetzt keinen abgedunkelten raum im bundeskanzleramt wo sich jetzt jemand überlegt ja der der martin oder die lisa aus halle die hat jetzt die in die seite aufgerufen und dieses und dieses google suchbegriff eingeben was bedeutet das über die person das ist ja so eine abstrakt gesellschaftliche gefährdung und ich finde es aber sehr sehr schwierig also diese überwachungsmöglichkeiten und ich kann das wirklich jedem empfehlen sich einfach mal einfach diese techniken anzugucken und die sind teilweise sehr gut zu nutzen also der tor browser funktioniert gut der ist ein bisschen langsamer aber sonst geht der super e mail verschlüsselung ist auch toll und auch sehr gut zu nutzen und dann gibt es einfach ganz viele open source programme die sozusagen wo man weiß nachsehen kann was die machen und die keine daten unnötig verschicken wie thunderbird oder die e mail app kanon oder libra office und das kann ich auch sehr empfehlen und radio corax hören ich bin großer fan von radio corax also ich wohne mittlerweile in halle quatsch ich wohne nicht nur in halle sondern in berlin und ich muss sagen also in berlin ist sehr viel größer aber sowas wie radio corax gibt es nicht das ist wirklich eine perle perle die die halle hat und nur in wenigen städten gibt es so gut so gut funktionierende und so vielfältige und irgendwie gut hörbare schöne freie radios wie corax und wir versuchen das mit den online-geister natürlich auch zu unterstützen also insofern seitens der perle an der saale an stefan vielen vielen dank auch für die lobenden worte und liebe online-geister wenn feedback dann sehr sehr gerne einfach info at online-geister.com oder schaut einfach auf der website online-geister.com da findet ihr auch verschiedene kontaktmöglichkeiten ich kann mir auch mal überlegen ob wir uns dann mal also ein entsprechendes online kontaktformular anlegen kann ja auch mal rausfinden wie kompliziert das dann vielleicht ist aber erklärung anleitung gäbe es dann auf jeden fall hier wie es funktioniert in allen anderen wir hören uns dann gleich wieder wenn tristan und ich uns dann wieder an euch richten ansonsten bis bald mein name ist christian und ich wünsche euch was damit sind wir am ende der folge angelangt heute ging es um darknet mit dem wunderbaren interviewpartner stefan may vielen dank dass du es in der sendung geschafft hast dass wir die interviewen durften und vielen dank auch an den herrn sprengkamp für das kontaktherstellen in dem fall vertreter aus unserem landes bildungsministerium mit dem ich schon seit längerer zeit kontakt habe also vielen vielen dank für das netzwerken wunderbar sonst noch irgendwas über die folge zu sagen gerne feedback und ansonsten würde ich sagen alle quellen show notes zum thema der sendung gibt es wie immer unter online-geister.com in dem fall folge 039 nach dem schrägstrich kommentiert uns abonniert uns gibt uns einen daumen nach oben und uns gibt es bei apple podcast spotify youtube oder dem podcatcher eures vertrauens sowieso und ganz frisch auch als alexa flash briefing für alle die mal ihrem sprachassistenten was erzählen möchten auch wenn ich empfehlen kann ist so eine alexa als permanent angeschaltet rufen zu hause stehen zu haben da hatten wir ja schon im letzten jahr in unserer folge nummer 27 war das glaube ich gewesen zum thema sprachassistenten übergesprochen aber ich glaube das sollte sich im besten fall von allein verstehen wenn die dinge mithören können dann tun sie das auch und sowohl bei google als auch bei amazon ist inzwischen bekannt dass das nicht nur so parallel mitläuft und dann irgendwann gelöscht wird das wird auch ausgewertet die müssen ja wissen vielleicht geht es uns dem nächsten mal darüber jetzt sind wir erst am ende der folge angelangt und tristan ich danke dir hat mich sehr gefreut und wir hören uns das nächste mal dann geht es ums streaming das war online geister radio bei netzkultur social media und pr von und mit tristan berlet und christian allner alle links zur sendung kontaktmöglichkeiten und das archiv zum nachhören gibt es unter www.onlinegeister.com oder es unter www.onlinegeister.com das war meine und natürlich aus tief